hey lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen video von mir alles klar ich bin heute so crazy drauf das gibt es nicht ich habe gerade die geilste das video wird ein nicht allzu langes video denn ich habe heute denn dieses video ist ein community battle was das heißt werde ich jetzt erklären und zwar ich mache jetzt drei video vorschläge die für samstag kommen werden also eins davon wird halt kommen und ihr dürft entscheiden welches video kommen soll am samstag und das macht ihr indem ihr liked kommentiert und ein daumen nach unten gibt und das werde ich euch jetzt erklären die erste video idee ist eine morgenroutine wenn ihr für eine morgenroutine sein dann habt ihr auf jeden fall das zu tun und zwar kommentiert ihr einfach unter dieses video mit dem hashtag morgenroutine enja oder morgenroutine machen wir einfach morgenroutine hashtag morgenroutine einfach unter dem video und ich werde dann alles zusammenzählen und wenn das die meisten kommentare hat also auf jeden fall mehr als die likes dann hat dieser hashtag gewonnen er gesagt dieses video diese video idee und dann wird natürlich dieses video kommen die zweite video idee ist dass ihr mir fragen stellen sollt peinliche fragen unangenehme fragen und wenn ihr für dieses video seid gebt einen daumen nach oben und was ihr noch machen müsst ist dass ihr auf meinem letzten instagram bild mir die fragen unter dem letzten instagram bild schreibt damit ich weiß was für fragen ich beantworten soll und ich suche mir dann so 20 fragen aus die ich dann in dem video ja beantworten werde also falls ihr für diese video die seid dann auf jeden fall den daumen nach oben die dritte video idee ist real talk wenn ihr für real talk seid gebt ihr diesem video einen daumen nach unten also ein dislike aber ihr könnt natürlich auch nach oben geben nein wir sollten das natürlich schon so machen wie ich das hier gerade im video erklärt damit ich halt wirklich weiß was ihr für ein video haben wollt also wie gesagt nochmal kommentare mit dem hashtag morgenroutine unter diesem video ist für morgenroutine daumen nach oben ist für die peinlichsten und die unangenehmsten fragen und daumen nach unten ist für ein real talk video also ihr könnt jetzt entscheiden was für ein video samstag kommen wird und ich würde sagen kommentiert und likt was das zeug hält und ich werde auf jeden fall dann gucken was die meisten likes hat und was die meisten kommentare hat also wenn jetzt morgenroutine die meisten kommentare also mehr als die likes sind oder mehr als dislikes sind dann kommt auf jeden fall eine morgenroutine haben aber die daumen nach oben gewonnen mehr als dislikes oder als die kommentare kommt natürlich ein peinlich frage video ihr wisst schon und sind es mehr dislikes als likes oder als die kommentare dann kommt ein real talk video also würde ich jetzt sagen gibt gas und wir sehen uns dann samstag bei eurem video das ihr dann entschieden habt und ja viel spaß dabei tschüss